Hi Ho und Herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play League of Legends. Dieses Mal bin ich in Duoki unterwegs mit Battleship Hunt und ja ich mit Trash, eher mit Jack's Jungle und dann schauen wir einfach mal was unser Team so auf die Reihe kriegt. Hat man das gerade gehört? Was? Sato, hat man hundertprozentig gehört, vielleicht nicht den TSA in der Aufnahme, bin mir ganz sicher. Es kostet mich so an, dann ich drück auf Aufnahme und mit, mit, oh Gott. Jo, jedenfalls haben wir im Team, auf der Toplin Rise aus Silber 2, auf Jungle Silber 5 Jacks, auf Mitte Silber 2 Set im Promo, auf ähm, wo hab ich gerade? Im Teil? Du hast gerade Mitte gesagt. Es interessiert dich vielleicht, dass ich gerade aufnehme. Ja, da hängt kein Schild, das war spontan. Ups, Falscher. Ja, falls man ihn gerade gehört hat, das war mein Bruder. Ähm. War nicht zu überraben. Ups. Den kennt ihr vielleicht noch aus dem iBug-Video mit Anivia. Ähm. Da hat er kurzfristig mal für meine Schwester übernommen. Die beide mittlerweile kaum noch LOL spielen. Wenn ich schau dran. Wie durchgestrichen hat. Wie durchgestrichen hat. Wie durchgestrichen hat. Wie durchgestrichen hat. So jetzt ist der wieder draußen. Ähm. Ja. Wo hab ich gerade? Ach so ja. Draven, äh, Silber 2 Adicary und Silber 3 in Promo-Trash. Äh, eins gewonnen. Sonst noch nix. Ähm. Ähm. besuchen direkt seitdem wir uns im gegner team haben wir übrigens selber zwei reinekten auf dem top sind selber zwei sechouane, selber zwei brand, selber vier esrael und gold 5 tarik ich wurde übrigens neulich auch unter einem video gefragt woher ich weiß welche liegen die sind ihr habt es im kommentar direkt beantwortet aber da gibt es so nette seiten wie lol nexus oder lol king wo man das ganze nachschauen kann der joani ist bei euch auf der bot irgendwo aber sie hat kaum leben übrig ok schon mal wiedersehen ich hab viel zu wenig gelegen haben irgendwas zu machen so ich hab meine letzten drei kundel ich hab meine letzten drei kundel die letzten waren Korke, 6, Sumdra, Mogamma. Ah, zu kurz, viel zu kurz. Okay, 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 okay. Okay Mann, jungles of the Summoner, Rift, wenn alle Lanes pushen. Ja, wir werden gerade zurückgedrängt, wenn du Bock hast. Ja, toll, wenn ich auf der anderen Seite der Map stehe. Du hast gesagt, du brauchst eine Lane, wir werden gerade zurückgedrängt, dass du wieder hier. Fängt, äh, nachzeit. Komm, ich gleich pack den Geistern runter. Okay, ähm, schaut scheiße aus. Top, wie schaut du da aus? Wird man das so, 0-0, okay. Ähm. Ich habe Drowny aus meinem Drowny gleich bei euch. Okay. Mach ich mal annähernd genug Gold, um irgendwie wegzugehen. Oh, scheiße, 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 scheiße. Ah, das bist du scheiße. Oh, ich habe noch irgendeines Comments gesehen, fuck. Ahaha. Ja. Gewordet haben sie ja nicht, aber jetzt hat Draven wieder gepusht. Ja. Mir fehlen 200 Gold. Und Mana. Ja. Äh. Kann nicht noch rankommen. Der eine Minion ist zu weit, vor mir jetzt. Boah. Äh. Ja, ich wollte mich nicht reinziehen, weil ich da eine Tower range wäre. Ja. Klar. Unklar. Genauso wenig wollte ich deswegen reinjumpen eigentlich. Findest du klar? Ich war in der Serie abgezogen und bin jetzt auch weg, ich habe keinen Mana. Okay, dann warten, ob jetzt einer von euch wieder da ist. Also, dann bleibe ich noch da, wo du weiterjumpen kannst. Okay. Danke. Ähm. Keinen Mana, aber es lässt sich irgendwie verschmerzen. Ich habe mit den Autotext und Schadensbonus. Boah. Ich habe jetzt übrigens, äh, vorhin erst einen neuen, äh, äh, Guide gelesen. Also, Guide ist gut. Ein paar, paar, paar Kleinigkeiten, die, äh, äh, X-Special in seinem Guide ausgetauscht hat über Trash. Ähm. Der Level, der ist komplett anders. Das versuche ich nämlich auch gerade mal. Aber auch erst seit dem letzten Patch, soweit ich es gesehen habe. Wenn ich einfach wegen des Plauderen und du nicht mitreden willst, dann einfach... Falls ich über irgendwas zu reden anfange und du willst einfach dich auf Spielkanzlerin, dann mach ruhig. Einfach nicht zuhören. Es ist nur so, sobald die Aufnahme läuft, fange ich an zu reden. Ich raff nicht, was er meint. Weil ich gerade, äh, ganz kurz davor war, dass ich jetzt einen Aufsatz drüber vortrage, ähm, dass X-Specials bei Curses ist. Ja, dann mach. Weil, ähm, viele wissen sehr wahrscheinlich, ich hab viel vom, 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 vom Supporting her, von X-Special und von Crepo her gelernt. Und jetzt auch ein bisschen was von Lemonation. Ähm. Und ich bin halt auch riesiger TSM-Fan wegen Dyrus und so, weil ich den halt, äh, von dem relativ viel aus der Topline gelernt hab und so. Und das hat mich dann auch daraus zum TSM gebracht. Und jetzt gibt's halt viele, die sagen, ja, äh, äh, dumm gelaufen mit, äh, 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 da zieh ich dich halt nicht zurück. Äh, dumm gelaufen mit, äh, jetzt werden viele TSM-Fans abspringen. Äh, versteh ich nicht. Ähm, Curs ist erstens mal genauso cool, oder fast genauso cool, dem Boy Boy. Und, ähm, oh, fuck the boar. Ich weiß auch, mit der Laterne, aber das hat zu wenig. Aber Ryze hat gleich ausgekriechen dafür. Ah, steht 2-3 gerade. Ja, ähm, das war das First Bird auf mich. Trotzdem leider nicht ausgekriechen. Na, super. Die gehen auf den Drake. Ah, die gehen auf mich. Ah. Aber Brand geht für den Drake. Ich hab's Trinket nicht ausgetauscht, Jason. Ich hab immer was anders. Ah, mich hat er gesandt. Kuchen so. Das war schlecht, dass ich den... Stamm. Äh, der Hook war auch nicht im Drake-Gesüge. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Brand. Was? Er hat doch von mir nur einen Red-Buff bekommen. Exakt. Wir werden's nicht schaffen. Ähm, und dann gab's irgendwie die Aussagen, dass, äh, irgendwie gesagt, viele Fans abwandern werden. Und, äh, scheiße, der Stamm. Wie lange geht der? 3 Sekunden? Von... Von Brand? Ja. 1,75. Für jeden Fall zu lang gerade gewesen, die paar Leben. Ja. Nein, ich war ja nur... Ich war auch 200 Leben oder so unten. Ja, es ist aber immer zu lang, die paar Leben, die man hat. Ja, ja. Grundsatz. Mehr Hilf hat's mitgenommen. Ähm... Ja. Wie gesagt, verstehe ich halt einfach nicht, weil X-Special ist ja nicht tot oder so. Ja, okay, Odd-Warn ist jetzt auch noch zusätzlich zurückgetreten vom Jungler. Aber hey, dafür sitzt ein Deutscher im, äh, TSM-Team. Mein, schön für euch. Für mich bin ich gerne Österreicher dabei, aber... Wie gesagt, äh, ich hab kein Erkenntnis und bekam, sonst würde ich jetzt mitspielen. Soll ich's dir nochmal sagen, was ich dir vorher geschrieben hab? Pfffh. Hehehe, aber ist ja ok. Riß... Uahhh. Hat irgendein Drake vorher nicht gemacht, oder? Das steht ja noch. Ja, tut er. Ups. 2 geronten. Ich hab leider kein Blut-Trink gesagt. Ich auch nicht. Ich hab's gerade auf der Top-Lane verwendet. Ich liebe den Double-Smite. Au! Uah! Uah, die Boa tat weh. Verdammte Windzone. Die Boa tat weh. Ja, aber ohne das Glacier-Undprison hätten sie uns nicht gekriegt. Äh... Naja, mich schallig war von Tarik noch gestunnt. Okay. Bei mir ist halt noch der E durchgelaufen und das war's. Äh, ich kick aufs Rote und krieg's Blaue, ist okay. Okay. Na, das hatte ich neulich aber auch schon mal, dass ich äh... Zweimal rechts auf Heal-Pot, zweimal rechts auf Mana-Pot geklickt hab und am Schluss vier grüne Wards hatte. Hä? Aber du hast nur die vier Pods gezahlt, oder? Mhm. Hauptsache. Vier Wards wären sich nicht ausgegangen mit meiner Kohle. Ich hatte noch 140. Ja, Hauptsache. Das ist genau für die vier Pods eben. Ich weiß nicht, wie ich das mach, oder... ... ob das einfach nur ein Bug ist, oder... keine Ahnung. Hey, aber die suchen... Die suchen Flame mal nicht. Ich mein's auch nicht. Vielleicht fällt mir grad nur so auf. Ich hab schon überlegt, ob ich vielleicht einen gemutet hab oder so, aber nein, ist alles auf... ... alles auf dem Bild. Ja, bei mir auch. Oh, oh, oh. Ich kann die zwei abschauen. Was ist das? Ich sollte das kommen. Ich muss das machen. Da! Noch ein Flash. Ich muss das machen. Tarek verschleudert gern seinen Namen. Ja der kannst sein Stun jedes Mal. Oh ich hab Sijuane gefunden. Die trifft schon sie da. Ja ganz ehrlich ich bin gut mit Sijuane aber so ne gute Hitchance hab nicht mehr ich. Ja normalerweise spielst du aber auch Sijuane gegen ein Mobility Team. Stimmt oder sonst? Ich hätte gestern in meinem Spiel so viel heulen können. Ich weiß nicht ob ich den Tower defen kann. Ah ich hasse Double Stunts. Tarek hat nicht gestern ich ihn und S hat eine freie Fahrt. Ja ich hab Leona schon rausgenommen bei der Jamf Select. Ja. Weil mir Leona momentan so sehr am Sack geht. Also wirklich extremst. Weil momentan total viele kluge Leute meinen. Man kann doch Leona mit Rabadons spielen. Mit Rabadons? Ja. Die kaufen sich das Grund Support Item. Dann äh Sidestorm. Und ähh. 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 Und dann welche Schuhe halt. Und dann Sunfire und dann Insofaradons. Wie viel... Also wie greedy werden die Leute denn noch? Ja. Dann kriegt beide fast. Ja auch ganz schwarz geeinigt haben. Ja beide fast wären mir lieber. Ist mir nicht so recht wie einer ganz und einer halb. Ja. Leider auch. Oh Gott. Ezreal hat Brofist. Das ist die uralte Blue Build. Blue Build Blue. Die uralte Blue Build. Ja die uralte Blue Build. Bevor sie die Jungle Items dann reingedrückt haben. Gut Job. Es droppen heute aber kaum Seelen. Also. Klar ein paar hab ich verpasst aber. Ähh. Tarek überboden. Nein, ist worden, Drake. Ich sehe gar keine Uhr, scheiße. Okay, Drake 20-10. Ah, ernsthaft? Ich hab keine gute Idee mit dem zu... Oh! Ähm, ja, okay. Ja, ja, da bin ich schon weg. Ihr Turf wurde zerstört. Ähm, ich habe einen Winkel. Oh, scheiße, okay. Oh, scheiße, okay. Rd, rp, 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 rd Das ist die Vorbildung, nicht wahr? BAM! Direkt runter Nooo, es läuft mit einem Minion rein! Ich habe gerade einen Ping von 400. Na, ich habe einen großen Dumpter gestartet, das ich jetzt immer stelle. Was machen wir jetzt, Drake? Na klar. Der ist jetzt free für dich. Ja. Kommst du da nicht rein, oder? Ja. Ich bin gezwungenermaßen auf zu vielen Heal-Pots. Der will nachholen und so. Ja, Drake ist gegangen. Aber wir hatten auch schon Healen, oder? Ja, wir hatten den ersten. Okay. Ich weiß, der Nachteil jetzt, der da doch entsteht, nicht mehr so viel ist. Das Problem ist halt, dass wir uns danach fast gazed haben. Boah. Problem ist es, dass die 5G jetzt vorne sind. Im Grunde genau ein Ace. Ja, wir haben doch eine Tower. Ja. Na, wir gleichen aus, scheiße. Äh... Ah ja, stimmt. Die haben in der Mitte auch reingehört. Oh, fuck. Wir kriegen ja nicht das ist. Oder noch nicht, zumindest. Nein. Ich hab meinen Pods gleich drin, aber bis ich unten bin. Drei Pods gebordet und da ist ein S mit Full Life. Ja, S. Hör auf! Nein! Alter, wie knapp war das denn bitteschön? Der Hook muss an seinem Ohrläppchen vorbeigezogen sein. Er ist auf jeden Fall vorbeigeflogen. Alter! So, jetzt ist Ryster, jetzt kann ich wieder weg. Wie ganz ehrlich, das wär knapper als Malibus. Du hast die wirklich getroffen, oder? Ja. Im letzten Moment ist er runter. Aber mit Ryze kriegen sie es sehr schnell. Ja, Ryze ist ganz gut. Das auch. Ja. Draven hätte wahrscheinlich lieber einen anderen Anti-Carry gehabt. Er kann schon mit Draven auch spielen, aber... Ja. Du hättest von mir auch einen anderen Supporter gehabt, wenn du Draven kriegst. Ja, vor allem hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass ich Kare krieg. Ich hab auf Morgana gehört. Gegen die kann ich nämlich mittlerweile ziemlich gut spielen. Auch mit Trash. Was ist denn? Achtung! Oh, shit, 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 shit. Ja, der Draven hat einen Speed buff ich nicht. Von Haus ist 420 hoch mein Speed, aber... Wen kriegst du mit rein? Wer hat da auch drauf? Ne, den Schatten, der fehlt. Er hat's noch ne... Ja, die auch noch. Ah, dem hat das Lantern ab, scheiße. Ja, du machst aber sowieso fast... Ui! Wenn man Tarek und S doch in Taunt aufsplittet, ist das dann Taunt halt lauf? Alter! Scheiße, der war so schlecht. Ja. Ja. Oh, mein Gott. Aber immer froh, dass ich da den Ding rausgekriegt hab. Wer jetzt nicht weiß, was ich meine, ähm... Das war jetzt eine Anspielung auf Tainted Love. Das ist unter anderem auch ein Song von, äh... Vernon Manson. Ah... Ja, nicht nur du. Ich habe ihn noch gestunnt, aber dann war es jetzt vorbei. Ja. So ähnlich ist das bei mir auch aus. Ich weiß gar nicht, ich glaube hier zwei Leute haben meinen Stunrein bekommen. Was mich gerade viel mehr ankotzt ist die Tatsache, dass wir zwar Damage drücken, aber irgendwie die falschen Leute gefokust werden. Weil irgendwie sind das Krokodil und Sejuani haben... Na, das Krokodil ja auch nicht, vielleicht. Na, Tarek hat Leben verloren, ach du Scheiße. Ja. Also fokussiert man Tarek. Warum lässt man Sejuani dann mit allein, die fühlt sich doch irgendwie... Fühlt sich okay. Die fühlt sich doch irgendwie ganz allein gerassen und traurig und... ... Sejuani ist Wildschwein, heißt im Deutschen übrigens Borsti. Ernsthaft? Ja. Ich freue mich nicht eng, dass ich eng gespiele. Ich auch. Ich habe schon lange Zeit auf Deutsch gespielt. Hey, ich habe einen Drake gefunden. Hast du gerade Zeit? Ähm... Ich hocke mich rein und ziehe dich mit der Lantan nach. Ja, auch einen schon. Nein! Ja, so viel dazu, ich muss da weggehen. Ja, eh schon. Ja, eh schon. Ausgezogen, das ist... Keine Kohle, das ist zum Kotzen. Ja, ich muss da weggehen. So, mal ein paar Geeks überspringen gerade. Da ist ein... Ähm... ... Tower-mäßig sind wir even. Drake-mäßig sind die anderen vorne. Kill-mäßig sind wir 8 hinten. Tower-mäßig sind wir vorne. Ja. Da ist es, steht 3-3. Ach stimmt, die haben den zweiten auch gerade eingehaut. Das stimmt. Ich verzeih mich die ganze Zeit. Da sind jetzt die Geister. Das heißt, die... Das Troll von Z. Oh! Nein! Faith-Flash! 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 Okay, jetzt kannst du den Lantan nicht brauchen, was. Oh, weg. Ooh! Flash! Where is it trying to go? Oh! Die bleibt schon fast stehen, Leute. Naja, fast. Oh, sie liegt doch fast, oder? Exakt. Also Bestand. Ein Schild. Ach, das ist krass. Ja! Hey, das Wildspin hat auch einer erlegt. Ja, der Set. Der Ninja war eins. Ah, bin schon unterwegs. Lasst uns Wildschweine jagen gehen. Jeder der Gothic 3 kennt, wird mich jetzt wahrscheinlich gerade deabonnieren. Aber okay. Bocher Runde. Wir haben jetzt noch einen Schild! Na ja. Tausend Gold. oh oh, Brand ist mutig, Brand ist sehr mutig warum? ja, das nennt man glaube ich Ober-Extenten ja ja, den Hook hätt's nicht mehr gebraucht, ja? das hatt's aber ich gehört es ist so, wie zum Kotzen, der ganzen Vormittag war nix aber man müsste Vormittags auch nicht auf ich hab Vormittag auch aufgenommen, aber das Spiel sah halt vielversprechend aus in dem Teamset, deswegen hab ich's aufgenommen das ist auch auf-Extent, was ihr macht ja ja true story star story, ja genau was? star story vor story oder was? oh nein jetzt schlechter wir machen 2-Fans-Spiel, das ich noch nie gespielt hab ähm was ist das? locker? weg da der Hook war so schlecht Holz 5 ernsthaft maximal sehr schick nein Tariq, lass mich in Ruhe da ist es irgendwie Stunt ist es mal ein Tod gut ja ja Ich habe es nicht so gut, ich habe es nicht so gut. Nein! Ja, Tarek schon ein bisschen im Weg. Den will ich haben. Ohhhh! UQ! Menis! Minis! Oh, das klappt! Ich kann lesen, Junge! Schreib dich richtig ab, lernt lesen und schießen, du Mob! Ey komm, schießen kann ich! Mami, die wollen Barren machen! Und wie sie den Barren machen wollten? Vielleicht gleich in sie rein. Ich werde dir helfen, ich kann erinnern. Kroko ist auf der Jagd nach mir. Kroko ist auf der Jagd nach dir mit der... ... 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